Jetzt bei Anwälte im Einsatz. Bianca und Olaf Mohr werden überfallen und stehen vor den Scherben ihrer Existenz. Anwalt Niklas Dittberner ist ihre letzte Hoffnung. Hilfe! Hilfe! Sind sie überfallen worden? Ja, gerade eben. Es ist nichts mehr da. Alles weg? Alles weg. Jetzt tun die so, als wären wir das gewesen. Das sieht so aus. Das glaube ich nicht. Die glauben, wir haben das Geld geklaut. Deshalb halten wir es auch nach wie vor für möglich, dass dieser ganze Raub in Wahrheit nämlich nur inszeniert wurde. Wer wusste denn eigentlich davon, dass an diesem Morgen da in den Tudor diese 80.000 Euro lagen? Ich würde das einen Privatdirektiven beauftragen, der würde sich an seine Fersen heften. Halt, 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 Freundchen! Nach einer Woche Urlaub im Schwarzwald kehren Bianca und Olaf Mohr gut gelaunt in ihren Berliner Gebrauchtwagenhandel zurück. Während ihrer Abwesenheit hat Sohn Niko zusammen mit ihrer Angestellten Anne Wahlen die Geschäfte weitergeführt. Bianca und Olaf ahnen noch nicht, dass sich ihr Leben heute schlagartig ändern wird. Denn es ist noch jemand im Laden. Und er hat nichts Gutes im Sinn. Muss ich was los sagen? Ja. Ich gehe dann erst ins Büro, die Post nachgucken. Ich checke mal hier die Autos eben. Hau mal die Kirche. Bis gleich. Ach hier, was findest du denn jetzt? Es ist einfach von der Sistrausche. Ich kann doch nicht die ganze Nacht bringen. Wow! Ich kann mich hier rein gehen. Was ist hier los? Was ist hier los? Hilfe! Hilfe! Notrufzentrale. Hallo? Ist da hier los? Die Polizei hat den Anruf zurückverfolgt und erreicht zehn Minuten später den Gebrauchtwagenhandel. Der Täter ist jedoch schon längst über alle Berge. Polizei, hallo? Hier liegt jemand. Hallo, hören Sie mich? Hallo, hören Sie mich? Hier ist die Polizei. Wo ist er? Ist er doch da? Sind Sie überfallen worden? Ja, gerade eben. Okay. Sind Sie verletzt? Ich glaube, ich war Ohnmächtig. Ganz langsam. Ich helfe Ihnen mal hoch. Kommen Sie? Ja, wo ist mein Mann? Der kommt gleich. Der Kollege ist bei Ihnen. Olaf, Olaf, komm Sie, versuchen Sie sich zu setzen. Ja. Können Sie mir erzählen, was passiert ist? Ja, wir sind aus dem Urlaub wiedergekommen und wollten eben hier im Büro... Olaf! Geht's dir gut? Bist du verletzt? Es geht. Was ist mit dir? Ja. Setzen Sie sich bitte. Nein, ist okay. Es ist okay. Nach dem Wohnen ist alles okay. Ja. War sonst noch jemand im Laden? Angestellte oder irgendwelche Kunden? Nein, Anne und Nico waren noch gar nicht hier. In Ordnung. Der Täter hat Sie überwältigt, als Sie den Notruf betätigt haben? Ja, ich habe Urlaub schreien gehört. Janka, das ganze Geld ist weg. Die ganzen 80.000 Euro sind weg. Wie? Unser ganzes Geld? Es ist nichts mehr da. Alles weg? Alles weg. 80.000 Euro? Sind Sie jetzt schon im Tresor morgens? Wir waren eine Woche im Urlaub. Unser Sohn hat den Laden gemacht und der gestern zwei Sportwagen verkauft. Ja. Und deshalb waren 80.000 Euro im Safe und alles ist weg. Jetzt bleiben Sie erst mal ganz ruhig, ja? Sobald es Ihnen und Ihrer Frau besser geht und wir hier unsere Arbeit gemacht haben, dann können Sie das mit Ihrer Versicherung regeln und den Schaden regulieren lassen. Da, glaube ich, müssen Sie sich am wenigsten Gedanken machen, ne? Ja. Ich habe für Ihre Frau einen Rettungswagen alarmiert, damit sie mal untersucht wird, nicht, dass sie in die Gehirn einsteht. Und du kannst das Geld? Auf jeden Fall steht sie unter Schocks. Die Kollegen von der Spurensicherung kommen auch, ja? Bleiben Sie kurz bei Ihrer Frau. Ich schaue nach dem Rettungsraum. Okay. Das ist mein allergrößter Albtraum. Ich hatte immer so eine Angst vor so einem Überfall. Zum Glück waren Anne und Nico noch nicht. 80.000 Euro? Auf einen Schlag weg? Das gibt's nicht. Das kann ich mir überhaupt gar nicht vorstellen. Wir sind pleite, Bianca. Ja, aber... Wir sind pleite. Ich hoffe, ich kann hier jemals wieder arbeiten ohne Angst. 80.000 Euro. Scheiße. Nach dem traumatischen Erlebnis haben Bianca und Olaf ihren Laden vorübergehend geschlossen und sich zu Hause komplett zurückgezogen. Nico, der 21-jährige Sohn des Paares, versucht alles, um Normalität einkehren zu lassen. Doch auch vier Tage später gibt es nur ein einziges Thema. Vor allem Bianca holen die schlimmen Erinnerungen an den Raubüberfall immer wieder ein. Hey, guck mal hier. Ein Brief von der Versicherung. Wie Versicherung? Ja, vielleicht kriegen wir doch unser Geld wieder. Was steht denn da? Warte doch mal. Paragraf 265, Versicherungsbetrug? Was soll das denn? Wie? Warte. Die haben eine Anzeige gemacht. Die Versicherung hat eine Anzeige gemacht, weil die denken, wir haben das Geld geklaut. Ich dachte, wir kriegen unser Geld jetzt wieder. Das dachte ich doch auch. Jetzt tun die so, als wären wir das gewesen. Das sieht so aus. Das glaube ich nicht. Die glauben, wir haben das Geld geklaut. So ein Mist. 50 Jahre Familienmitglied, gehen ja einfach mal den Bach runter. Boah, Olaf, jetzt werd doch mal wach. Da müssen wir kämpfen. Das lasse ich doch nicht auf mir sitzen, dass die so tun, diese blöden Versicherungsfuzzis, als wenn wir das gewesen wären. Ich rufe jetzt den Ditt Berner an. Schon am darauffolgenden Morgen ist Rechtsanwalt Niklas Ditt Berner vor Ort, um zu besprechen, wie es jetzt weitergehen soll. Dass die Versicherung den 80.000 Euro Verlust nicht zahlen will, hat den Kampfgeist der Moors geweckt. Und ihr Gebrauchtwagenhandel ist seit heute wieder geöffnet. Alle Hoffnungen des Ehepaars, den Schaden ersetzt zu bekommen und ihre Existenz zu retten, ruhen nun auf den Schultern des Juristen. Die Polizei war ja jetzt schon hier, oder nicht? Ja. Haben die denn die Kameraaufnahmen ausgewertet, mitgenommen, beschlagnahmt? Ja, haben die. Und haben Sie beide jetzt schon eine Aussage gemacht, wo Sie schon vernommen als Zeugen? Also das, was wir gesehen haben, also das war ja nicht viel in meinem Fall. Ich habe da im Auto rumpoliert, habe eine von hinten drüber gekriegt und dann lag ich da besinnungslos. Also das haben wir natürlich so gesagt. Hm. Okay. Und dann hatten Sie was erzählt vor dem Schreiben von der Versicherung. Das ist ja das Schärfste, das muss ich Ihnen unbedingt zeigen. Die haben also, ich glaube gestern kam der an und das ist unglaublich. Sehen Sie selbst. Ihre Schande nach eigener Prüfung zum eindeutigen Ergebnis gekommen, dass hier nach 2065 ein Versicherungsmissbrauch vorliegt. Jetzt denken die auch noch, wie wäre das gewesen? Das gibt es in die Gefahren, ja. Das ist also wirklich außerordentlich ungewöhnlich. Gut. Also ich würde jetzt Akten eigentlich beantragen, in der Sache ein Ermittlungsverfahren gegen Sie. Und in diesem Raubverfahren habe ich schon Akten eigentlich beantragt. Es ist jetzt so, ich habe da mit einem Sachbearbeiter gesprochen, Herrn Karoka, hast du nicht gesehen, weiß den Namen nicht mehr. Es ist so, dass die beabsichtigende Nachvernehmung von Ihnen beiden durchzuführen, und zwar im Grunde genommen jetzt gleich, wenn Sie Zeit haben, wir müssen ja da nicht hingehen, aber es würde uns helfen, vermute ich mal, weil wir die Hoffnung haben, oder die Polizei vor allem natürlich in erster Linie, dass sie, wenn sie das Videomaterial vorgespielt bekommen, da vielleicht doch irgendwelche Ungewöhnlichkeiten, so ein bisschen Abstand eben noch entdecken können, die irgendeinen Hinweis auf den Täter geben würden. Ich weiß nicht, wie ist das mit Ihrer Terminplanung heute Abend? Ja, das klappt schon, ja, das klappt schon. Gut, dann würden wir uns da gleich treffen, wenn wir das ja beim LKA. Ja, bis wir uns Zeit. Dann fahre ich mal vor und die kommen mit Kappen vom Gebäude. Ja, machen wir das. Anne, könnt ihr beiden hier dann, solange die Stellung halten, müssen direkt los. Ja, klar. Tschüss, bis nachher. Tschüss, bis nachher. Also meiner Mandantin und ihr Mann steht natürlich noch eine ganze Menge mehr zu, also von Schmerzensgeld bis hin zu Schadenssatz für den standen Kosten und eben auch den Verdienstausfall, aber das kommt alles später. Ich verstehe wirklich das Verhalten von dieser Versicherung nicht. Also sage ich jetzt gar nichts, wenn die nicht durchkommt. Niklas Ditt-Berner handelt sofort und vereinbart für den Nachmittag einen Termin bei der Kriminalpolizei. Der Anwalt will herausfinden, aus welchem Grund die Versicherung überhaupt auf die Idee kommt. Bianca und Olaf hätten den Raubüberfall nur vorgetäuscht. Ich wollte mal was ansprechen. Meine Mandanten haben mir jetzt gesagt, dass sie ein Beschuldigten Vorladungsschreiben bekommen haben wegen Versicherungsbetruges. Anscheinend, statt die Versicherung dann irgendeiner Form Strafanzeiger erscheint zu haben. In welche Richtung ermittelt denn die Polizei nun? Also ein Raub gegen einen unbekannten Räumer oder Versicherungsbetrug, weil meine Mandanten gar nicht geschädigt sind? Das liegt dann wahrscheinlich daran, dass ich der Versicherung einen Bericht geschickt habe. Was für einen Bericht bitte? Das ist doch nicht unüblich. Müssten Sie eigentlich auch wissen, dass wir, wie bei jedem Raub, in alle Richtungen ermitteln? Und der Fokus fällt auch auf Ihren Mandanten die Moors. Und das ist ein völlig normaler Vorgang. Das habe ich der Versicherung auf Anfrage auch so mitgeteilt. Entschuldigen Sie mal, das finde ich gar nicht normal. Ist ja die eine Geschichte, ob man irgendwas mitteilt oder ob man Ermittlungsverfahren einleitet wegen Betruges, was Sie ja im Fall meiner Mandanten gemacht haben. Dafür gibt es überhaupt keinen Anhaltspunkt. Das ist vollkommen lächerlich. Also ich denke mal, auch Sie werden es verstehen, wenn Sie sich das Überwachungsvideo hier mal genauer anschauen würden. Ich bin hier mal gespannt. Sag mal, was ist das denn? Der kennt sich ja besser aus als wir da. Der wohnt ja bei uns. Sehen Sie, genau das Gleiche haben wir uns nämlich auch gefragt. Der Täter scheint ja nicht zum ersten Mal einen Raub zu begehen. Interessanterweise kennt er sich an dieser Örtlichkeit auch verdammt gut aus. Und deshalb halten wir es auch nach wie vor für möglich, dass dieser ganze Raub in Wahrheit nämlich nur inszeniert wurde. Hey, also jetzt machen Sie mal einen Punkt. Das ist jetzt nicht Ihr Ernst. Er hat nicht deswegen ein Ermittlungsverfahren gegen meine Mandanten ein, weil der Täter sich gut auskannte oder wie? Ja, ich sehe das aber nun mal anders, gerade bei der Motivlage. Hä? Was für eine Motivlage? Na, Geldmangel. Herr Mohr, der Autohandel läuft doch seit Jahren schon mehr recht als schlecht, oder sehe ich das falsch? Naja, sicherlich müssen wir alle ein bisschen kämpfen. Klar, logisch. Aber wir hatten ja das Glück, zwei Autos zu verkaufen, als wir im Urlaub waren. Und das Geld lag dann im Tresor. Sehen Sie, Herr Dittberner, das ist doch nicht unüblich, dass man versucht, einen alten Familienbetrieb über einen Versicherungsbetrug sanieren zu wollen. Oder geben Sie mir da nicht recht? Also, nee, verzeihen Sie mir, das sind also vollkommene Verschwörungstheorien, die Sie jetzt hier aufmachen. Sie brauchen ein paar Fakten. Sie können doch nicht nur, weil der Laden schlecht läuft und weil der Täter sich auskannte, jetzt meinen, dass Sie einen Versicherungsbetrug begangen haben. Dazu brauchen Sie ein bisschen mehr, um sein Ermittlungsverfahren zu erzählen. Sehe ich vollkommen anders. Und wenn man sowas inszenieren wollen würde, dann würde man so den Inszenieringer nicht unbedingt mitfilmen. Und außerdem würde man sich auch nicht selber verletzen. Ach komm, Sie hören Sie doch auf. Wer doch jetzt nicht der erste gekonnt inszenierte Versicherungsbetrug mit einem angeblich brutalen Täter? Äh, was? Das wirkt doch viel echter. Es hat überhaupt keinen Sinn. Ich denke, wir werden das übergehen. Also, eins kann ich Ihnen sagen. Wenn Sie Ihre Ermittlungen darauf konzentrieren, dass die Geschädigten die wahren Täter sind, weil sie die wahren Täter nicht finden können, dann kriegen Sie Ärger. Das kann ich Ihnen sagen. Tschüss. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Was ist das für eine Muppet-Show? Ich kann es gar nicht glauben. Ich meine, dass die Versicherung jetzt die Versicherungsleistung zurückhalten will, kann ich mittlerweile nachvollziehen. Aber die Kriminalpolizei scheint nicht wirklich daran interessiert zu sein, den wahren Täter zu finden. Die machen es sich einfach so leicht. Das heißt, letzten Endes wird diese Ermittlungsarbeit an uns hängen bleiben. Rechtsanwalt Niklas Ditt-Berner muss umdenken. Denn jetzt geht es nicht mehr nur darum, dass seine Mandanten den Schaden ersetzt bekommen. In erster Linie muss der wahre Täter gefunden werden. Fragt sich nur, wie. Sagen Sie mal, wer wusste denn eigentlich davon, dass an diesem Morgen da in dem Tritt soll diese 80.000 Euro lagen? Denn eins ist ja klar, also ich glaube nicht, dass das ein Zufall war, dass der Täter also wirklich wusste, dass sich dieser Überfall just an diesem Morgen lohnen würde. Wer wusste davon? Auf jeden Fall unser Sohn, der Nico, weil der hat ja den Deal an dem Tag davor gemacht. Ja und Anne natürlich, aber sonst, nee, niemand. Dann sagen Sie mal, ist das eigentlich üblich, dass man solche Geschäfte in Bar abwickelt? Ich meine 80.000 Euro ist ja eine Menge Geld. Das ist eine Frage, die ich hatte und zum Zweiten, wann war dieser Käufer dieses Wagens eigentlich bei Ihnen da im Autosalon? Nee, also mit dem Geld normal ist das nicht. Das ist ja eine große Menge Bargeld und das muss irgendwann nachmittags gewesen sein. Aber so genau habe ich Nico da auch nicht nachgefragt. Mhm. Aber dann haben wir ja einen weiteren Verdächtigen letzten Endes ja nicht. Den Autokäufer selbst. Das wäre eine krasse Nummer. Nee, ich meine, wissen Sie, weil wenn jemand den Deal nachmittags abwickelt, bei Ihnen nachmittags 80.000 Euro bezahlt, dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass Sie das nachmittags nicht mehr in der Bank einzahlen können, weil die sind die Dinge ja nun zu. Und über einen Bankautomaten, der sollte vielleicht noch gehen, aber auch eher unwahrscheinlich. Das heißt, da dürfte wahrscheinlich davon ausgegangen sein, dass das Geld morgens bei Ihnen noch da im Tresor lag. Das heißt, vielleicht hat er nach der Devise gehandelt, nimm eins, zeig eins. Das heißt, ich würde jetzt einen Privatdirektiven beauftragen, der würde sich an seine Fersen heften und ein bisschen gucken, gibt er vielleicht besonders viel Geld in bestimmten Situationen aus, weil 80.000 Euro muss man da irgendwie ausgeben oder anlegen. Und vielleicht führt uns dann zu dem wahren Täter. Und die Adresse von dem Autokäufer, die kriege ich ja von Ihrem Sohn, oder? Ja, die hat der Nick auf jeden Fall. Gut, na dann legen wir gleich los. Gleich am nächsten Morgen tritt der Privatdetektiv von Rechtsanwalt Ditt Berner in Aktion. Mike Linkesch soll den Käufer des Wagens unter die Lupe nehmen und mit dem Überfallverdacht konfrontieren. Überraschenderweise lebt André Kemp in einem bescheidenen Wohngebiet und nicht in einem teuren Viertel, wie man es eigentlich erwarten würde. Bleibt die Frage, woher er das Geld für den Autokauf hatte. Herr Kemp? Tag. Äh, Linkesch mein Name, Privatdetektiv. Ich hätte gerne mal mit Ihnen gesprochen. Herr Kemp! Machen Sie mal bitte die Tür auf. Ich muss mit Ihnen sprechen. Herr Kemp! Wenn Sie Kemp suchen, der ist gerade raus. Hinten aus dem Fenster. Halt, 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 Freundchen! Okay. Schön hier geblieben, mein Freund. So, cool bleiben, Freundchen. Hey, lass mich los, lass mich nicht festhalten. Na klar, darf ich das. Und zwar, wenn es sich um Einbrecher handelt, sowieso. Einbrecher? Was ist das für ein Scheiß? Mein Freund, jetzt kommen wir erstmal runter. Ja, ja. Ist klar? Wenn du ruhig bleibst, lasse ich dich schon los, okay? Alles klar. Ist okay. Ja? Alles klar, ist cool? Ja, ja. Wie weit, weit Einbrecher. Ja, Einbrecher. Ist richtig gehört. Wo warst du vor drei Tagen? Früh um sieben. Moment mal, dich hat nicht meine Ex geschickt. Wieso Ex? Ich suche einen Einbrecher. Ganz konkret jemand, der vor drei Tagen im Autohaus ein Ehepaar überfallen hat und ausgeraubt hat. Damit habe ich nichts zu tun. Ich dachte, ich habe meine Ex geschickt. Die Alte hat nämlich fremdgevögelt, dann hat sie mich sitzen lassen und jetzt möchte, dass ich für sie blechert. Kann sie aber richtig vergessen. Wieso bist du denn abgehauen? Und was hat das jetzt hier mit dem Wagen zu tun? Ich habe meine ganze Zeit Geld zusammengenommen, habe die Karre gekauft und einen Kumpel geschenkt. Und jetzt kann mir die Alte nicht aus der Rippen leiern. Ähm, ja, aber für den Tag hast du ein Alibi oder wie, ja? Nein, ich sage mal so, ich bin ja vor ein paar Tagen zu meinem Kumpel gefahren und er ist heute Morgen wiedergekommen. Wenn du willst, kannst du ihn anrufen. Okidoki. Telefonnummer, Namen, Adresse hast du? Norm heißt der. Kann ich dir Telefonnummer? Tipp einfach ein, ja. So, sollte die Nummer nicht stimmen, sehen wir uns wieder. Ja, das war doch schon mit meinem kleinen Besuch hier. Und nächstes Mal nicht gleich aus dem Fenster springen war. Und nächstes Mal nicht gleich den erstbesten Verdächtigen. Ja, ist klar. So, sollte die Geschichte mit dem Kumpel stimmen, ist der Autokäufer natürlich raus aus dem Kreise der Verdächtigen. Ich werde jetzt erstmal Anwalt Dittberner anrufen und die Familie Mohr und alle auf den neuesten Stand bringen. Noch bevor der Detektiv Bianca und Olaf Mohr verständigt, hat er das Alibi des Autokäufers überprüft. Und tatsächlich, André Kempf war zum Tatzeitpunkt gar nicht in Berlin. Denkbar schlechte Nachrichten, denn damit stehen die Ermittlungen wieder am Anfang. Doch viel Zeit zum Grübeln bleibt nicht. Ja, scheiße. Ja, und jetzt? Ich weiß auch nicht. Ey, Mohr! Ey, shit, ist das der Drechsler? Hast du den nicht ausbezahlt? Ey, Mohr, jetzt reicht's. Wirklich, ich warte jetzt seit vier Wochen. Warte es mit meiner Kohle. Aber es ist was Unfallgesehenes dazwischengekommen. Wir sind überfallen worden. Ach, jetzt kommt doch nicht wieder mit dieser Tour. Überfall. Mann, ich habe euch hier zwei Top-Karren hingestellt. Zu Top-Konditionen. Außerdem kann ich mich erinnern, dass hier ein paar geile Karren standen. Die sind jetzt weg. Also hier mit der Kohle. Aber ist das wirklich wahr? Wir sind überfallen worden. Ach, der kriegt da langsam Kopfschmerzen. Jetzt mal Tacheles. Jetzt Schluss mit dem Theater hier. Ich werde euch meinen Anwalt auf den Hals hetzen. Und außerdem George und Michael. Und die haben gerade richtig Langeweile. Ist das okay? Kohle hier. Bis zum Wochenende. Rapido. Kommt, Jungs, wir hauen ab. Machen wir ein bisschen Zeit zum Nachdenken. Auf Heier. Ach du Scheiße. Nicht, dass der uns nur seine Gorillas auf den Hals setzt. Nein, der kriegt auch noch 20.000 Euro von uns. Nee, 20.000. Wenn es hochkommt, haben wir 12.000 Euro auf der hohen Kante. Ja, ich weiß. Und jetzt? Wir müssen irgendwie an Geld kommen. Ja, wie denn? Wir schätzen, wir haben keine andere Möglichkeit. Wir müssen Anne entlassen. Anne entlassen? Ja. Nur über meine Leiche. Warte mal eben. Moor? Ach, Herr Dütberner. Ja. In einer Stunde bei uns zu Hause. Es würde gehen. Ja, okay. Was Neues. Ja. Ja, ist gut. Bis gleich dann. Tschüss. Das war Herr Dütberner, unser Anwalt. Er möchte uns in einer Stunde bei uns zu Hause sehen. Er hat irgendwelche Neuigkeiten. Keine Ahnung. Rufst du dann mal Anne an? Dann kann sie so lange hierbleiben. Ich mach schon mal die Tür zu. Anne anrufen? Ach, dafür ist sie wieder gut genug. Eine halbe Stunde, nachdem Bianca und Olaf von ihrer Angestellten Anne Wahlen abgelöst worden sind, treffen sie sich mit Niklas Dütberner bei ihnen zu Hause. Der Anwalt hat das Überwachungsvideo von der Polizei bekommen und möchte es seinen Mandanten noch einmal zeigen. Schönen Abend ist hier. Danke. Nehmen Sie noch Platz. Ja, sehr gerne. Also ich hab Ihnen den Film jetzt nochmal mitgemacht. Der war ja in der Verfahrensakte auf CD. Ich hab den jetzt runtergezogen auf den Laptop. Ja. Also, wenn wir uns das gleich angucken, wir können das so oft angucken, wie wir wollen. Lassen Sie sich Zeit, achten Sie auf den Täter und auf irgendwelche Einzelheiten, die Ihnen auffallen. Wie Größe, Statur, die Art und Weise, wie er sich bewegt, gerne auch die Kleidung oder dergleichen. Und auf alle anderen Einzelheiten, die Ihnen irgendwie bekannt vorkommen. Denn eins ist klar der Täter, muss sie irgendwie gekannt haben. Wenn auch nur mittelbar. Weil er kann sich aber perfekt aus. Das mit dem Tresor, das haben wir alle gesehen. Also ich fang einfach mal an, den Film abzuspielen. Oh, ich kann kaum mehr hingucken. Stopp mal. Guck mal hier, diese Turnschuhe. So weiß mit diesem runden Logo. Ich kenn die irgendwoher. Ich hab noch nie auf Turnschuhe geachtet. Jo Leute, ich bin mal weg, ja. Warte mal, wo willst denn du hin? Na, ich geh zum Kumpel. Alles frisch bei euch? Frisch. Er denkt nicht mal dran. Das ist unser Sohn. Ja, aber er ist ja kein schlechter Kerl, aber... Nee, nee. Ich hab's mir laufend gesehen. Ganz kurz. Der Anwalt und Bianca heften sich an Nikos Fersen. Doch die 42-Jährige fühlt sich schlecht. Schließlich ist ihr Sohn der Letzte, dem sie den Überfall zutraut. Das ist so total verrückt. Die kommen dir vor wie eine Verräterin. Sie sind keine Verräterin. Sie sind überfallen worden. Das hat sich nicht brutal. Und der Täter hatte genau diese Turnschuhe an. Ich will nichts da... Ich weiß es ja auch nicht. Komm, komm, komm. Wir dürfen den nicht aus den Augen verlieren. Gehen Sie da ein bisschen runter hier. Tun Sie ein bisschen Schuh zu mir. Was machen die denn da? Gucken Sie mal das Geld. Wo hat denn der das ganze Geld her? Was hat mein Sohn für ein Umgang? Aber natürlich kann es das Geld ihres Raubes sein. Das sieht doch ein bisschen auf der Hand, oder? Verstehen Sie? Aber der sieht aus wie ein Verbrecher. Er sieht aus wie 50 Cent aus Neukölln. Die gehen weg, da muss ich hinterher. Ja, warten Sie aber nicht so schnell. Okay, warten Sie bitte. Richten Sie sich auf, rufen Sie bitte nochmal. Ist das ein Tonstudio? Ich weiß es auch nicht. Ich kann es nicht lesen. Komm, Sie müssen aber... Tatsächlich?